so damit man mich auch versteht ich habe gesagt ich habe den green screen habe ich jetzt mal einfach gelassen weil ich mache es da nix dann ist mir das so umständlich damit im licht und so weiter ich denke ihr seht mich gut genug das passt so wir werden wieder double crypto keys versuchen zu holen schauen mal wo die gegner sind da ist keiner nein 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 ja sehr geil ich kann jetzt schon ahnen dass sie da sind wollte ich gerade sagen hundertprozentig hier irgendwo ach komm du bist aber mega red gewesen oder mega rot und sicherlich gleich tot ach das war eine knarre alter mit der holt er mich mit der dingo ok nice one aber nicht ein zweites mal aus der hüfte einfach mal schießt er mit der dingo ich glaube es nicht was ist denn jetzt sind wir uns im team die absoluten füge solz oder was schaut euch das mal an da ist doch keiner bei uns im team gerade der was trifft oder wo war denn jetzt der da ist doch noch einer gewesen ist der oben das war klar oder oh fuck ach komm ist da was wie soll denn der anders hügel das hier alleine machen alter ich muss die alleine töten schau mal die meisten kills sind wieder mal von mir oh man, oh man, oh man, oh man ey komm der hat mich nicht mal erwischt ey, lächerlich schau mal ich habe ihn vorher geholt was ist denn das für ein Bullshit ei, 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 ich sag dazu nichts nein, nein, nein es ist wirklich lächerlich lass mir doch mal Ruhe alter, schau es dir an bitte wie sie da oben campen diese bösen Jungens nein, der camp nicht ernsthaft immer noch da bist du geil aber ich liebe euch pass mal auf, die kommen jetzt ich laufe von hinten rum nicht mit mir no 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 Oh. Tja. Dann legt euch besser nicht mit dem Sparrow an. Jetzt sind sie doch schon wieder oben. Das sehen wir doch. Ich habe euch doch gesehen. Was macht denn ihr die ganze Zeit da? Die sind doch... Ey, das ist... Dieses Team. Hol ihn. Komm. Hol ihn. Die kommen wieder. Pass auf. Nein! 45 4 Raps! Wollt ihr mich verarschen, Alter? Dann hätte ich sie gehabt, ey. Nicht euer Ernst, Alter. Nicht euer... Nicht euer fucking Ernst! Mann! Das ärgert mich. Das ärgert mich jetzt. Das ärgert mich mal. Mega, mega, mega ärgert mich das. Was? Oh Mann, liebe Freunde. Diese Teammates. Die schauen halt auch nicht nach hinten und nicht nach vorne. Es ist... Was soll man denn dazu sagen? Ey, was ist das nicht? Also das Spiel hätte ich bestimmt mit den Raps nochmal für uns entscheiden können. Bin ich mir sicher. Geht halt mal weg da, ey. Es ist jedes Mal das gleiche, als unsere Teammates anhält. Man merkt es schon. Schaut mal, da oben sind sie wieder alle drin. Dann sind sie natürlich alle hintereinander. Das ist natürlich auch geil. Hintereinander, nebeneinander, übereinander. Ja, ja. Eigentlich... Eigentlich sollte es nicht so schwer sein, gegen solche Typen zu spielen. Ja, man muss halt extrem aufpassen, wie man gegen solche Typen spielt. Weil ihr merkt es gerade. Man muss aufpassen. Die sind bestimmt bei C jetzt. Ja, ich sehe es schon. Das wollte ich mir jetzt einfach nicht nehmen lassen, den zu messern. Aber wer so kämmt, na der hat es auch verdient. Stört. Wie soll man das auch machen, gegen solche... mit solchen Teammates? Ich weiß nicht, was man tun soll. Es ist... Die Camper da innen... Einfach nur schlecht. Ja. Ich kann nicht mehr als die Hälfte der Kills machen. Nope. Geht nicht. Stört auf, wenn du willst, zu verhörten. Ja, aber so ist es halt, ne? Ja, aber so ist es halt, ne? Ich kann nicht mehr als die Hälfte des Kills machen. Vielen Dank.